Horizontal, die Geschwindigkeit bis auf 108 kmh. Jetzt kommt das Rad nach links. Ein bisschen schneller sein. Sorry, das ist nach rechts. Wir machen das nächste noch nach links. Auf jeden Fall das Rad noch nach links. Ja, blockiert. Okay, wir machen es noch einmal. Ja. Jetzt läuft es besser. Wir machen noch ein Humpty. Ja. Wir machen noch ein Humpty, aber dann noch zogen. Ja. Jetzt machen wir einen Rollkreis. Ja. Jetzt mal nach links. Geschwindigkeit, Retour. Und los geht's. Gerade weiter. Wir machen noch einen halben Looping. Ja. Wir machen noch einen halben Looping. Ja. Äh. Nein.